Hallo und herzlich willkommen bei Bleepjack in der Bastelecke. Ich stand kürzlich vor einem Problem. Ich habe mir ein paar neue T-Shirts entworfen und bestellt und mein Schrank wurde immer voller und ich habe ein Faible für irgendwie bedruckte, nerdige T-Shirts und jetzt müssen die alten T-Shirts irgendwie weg. Und einfach wegschmeißen fand ich doof. Deswegen dachte ich mir, ich nehme mir da einfach eine Decke draus und dann habe ich mir zusätzlich noch zwei Meter von so einem flauschigen blauen Fließstoff gekauft. Der liegt 1,50 breit und für die zwei Meter habe ich 10 Euro gezahlt. Findet man im Netz überall recht günstig. Dann habe ich 16 von meinen T-Shirts aussortiert, die eben zu einer Decke werden sollen. Dann lege ich mal los. Netterweise kommen die T-Shirts ja gleich in einem Karton. Den kann ich gut brauchen. Aus dem habe ich mir erst mal eine Schablone ausgeschnitten, also ein großes Rechteck, damit ich immer die gleiche Größe habe für die einzelnen Deckenstücke aus den T-Shirts. Und da muss man mal ein bisschen gucken, wenn man wie ich T-Shirts in unterschiedlicher Größe hat, dann sucht man sich halt mal das kleinste aus. Und mit klein meine ich jetzt nicht unbedingt das Motiv, sondern das kleinste T-Shirt, dass man halt den kleinsten gemeinsamen Nenner für diese ausgeschnittenen Rechtecke findet. Und bei Frauen-T-Shirts gibt es immer noch ein bisschen das zusätzliche Problem, dass die Nähte der Ärmel recht weit in das T-Shirt reinragen und man dann ein Problem hat, ein schönes Rechteck auszuschneiden, bei dem um das Motiv einfach noch ein bisschen Platz ist. Da muss man ein bisschen tricksen. Ich habe oft von den Ärmeln einfach ein kleines Stückchen mit ausgeschnitten für die Nahtzugabe. Also es verschwindet beim Zusammennähen, aber ich habe einfach irgendwie noch einen Zentimeter mehr an beiden Seiten gerettet ungefähr. Joa, dann darf man eben 16 Mal so ein hübsches Motiv aus einem T-Shirt ausschneiden. Das dauert ein Weilchen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch gerne mal meine neuen T-Shirts angucken, wenn ihr Lust habt. Den Link dazu findet ihr hier irgendwo. Hoffe ich mal. Wenn man das Motiv ausschneidet, muss man natürlich ein bisschen darauf aufpassen, gerade wenn man so wie ich einen Karton drauflegt, dass es einfach schön in der Mitte liegt. Nochmal überprüfen. Man kann ja auch noch mal ein bisschen aufdecken und nachschauen, ob das passt. Und dann einfach mit einer Stoffschere einmal außenrum. Das Schöne an dem T-Shirt-Stoff ist ja, dass man den nicht versäubern muss. Also der Stoff dröselt sich nicht von alleine einfach wieder auf, wie andere Gewebel. Und bei dem Fließstoff ist das genauso. Wenn das nicht so wäre, müsste man später in der Nähmaschine eine extra, also entweder man näht mit einer Overlock, wer das vielleicht kennt. Die können Industrienähte machen, die versäubern das direkt. Oder wenn man, wie ich, nur so eine poplige normale Nähmaschine hat, dann muss man den Rand mit so einem Zick-Zack-Stich noch mal extra versäubern, damit sich der Stoff eben nicht auftrennt. Die Rückteile von den T-Shirts habe ich übrigens nicht weggeworfen. Ich mag diesen T-Shirt-Stoff ganz gern. Ich wollte mir da später mal noch was anderes draus machen. Vielleicht noch eine Mütze oder so. Mal schauen, zu was ich komme. Okay, wir haben jetzt unsere 16 Stücke ausgeschnitten. Ich habe die hier einfach mal ein bisschen sortiert hingelegt, so wie ich sie gerne später zusammennähen möchte. Einfach, dass ähnliche Farben nicht zu nah zusammen sind und dass sich irgendwie ein nettes Gesamtbild einfach ergibt. Und dann geht's los. Ich fange an, die Stücke einzeln zusammen zu nähen. Ich mache immer praktisch diese Viererreihen zuerst. Danach nähe ich zwei Viererreihen zusammen und dann noch die zwei übrigen Stücke. Dann kommt der etwas kniffligere Teil. Das große T-Shirt-Stück soll jetzt ja mit dem Stoff verbunden werden. Ich lege die Stoffstücke rechts auf rechts. Rechts sind beim Stoffen immer die Stoffseite, die man sieht. Und links sagt man zur Stoffseite, die man später im Normalfall nicht mehr sieht. Also die innen liegt. Also die beiden außenliegenden Seiten aufeinander. Und dann nähe ich die Kanten vom Vliesstoff an die Kanten vom T-Shirt-Stück. Das geht auch recht flott. Und dann kommen wir schon zum letzten Teil, die Ecken. Da das Rechteck des Vliesstoffes größer ist als das von den T-Shirts, bleiben praktisch so kleine Züpfelchen übrig. Die schneide ich einfach ab mit etwas Zugabe, also mit einem Stückchen Stoff mehr, sodass ich diesen zusätzlichen Stoff nach innen falten kann. Und dann nähe ich einfach die Ecken von Hand hin. Müsste man nicht machen, könnte man auch mit der Maschine machen. Ich finde es aber immer furchtbar, diese Stoffsäcke, die sich dann bilden, die muss man ja einmal umdrehen, damit die Nähte dann später innen liegen. Und das mache ich total ungern. Und es geht für mich einfach schneller, das kurz von Hand hin zu nähen. Und bei einem Vliesstoff ist es auch recht angenehm, weil die Handnahtstiche, die ja im Normalfall nicht so hübsch sind, in dieser Flauschigkeit des Stoffs einfach untergehen. Und ich habe dann nicht dieses publige Umdrehproblem permanent. Das mag ich gar nicht. Dann bügele ich die Kanten vom Stoff noch ein bisschen um. Und das war's eigentlich schon. Fertig ist die große T-Shirt-Decke. Was macht ihr denn so aus euren alten T-Shirts? Schmeißt ihr die einfach weg? Oder habt ihr vielleicht noch bessere Ideen, was man daraus machen kann? Ich habe ja auch noch genug Rückenteile von T-Shirts übrig, um mich auszutoben. Sagt Bescheid. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss!